Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide Part 22. Wir stehen vor Hadizi, Chris, Hadizi und ich. Ja, ein Traumpaar. Ein Trio vor allem. Ja, Traumpaar. Macht mal ihr beiden, ich halte die Kamera. Hadizi, willst du mitkommen? Du bist so mein Bruder. Ja, wir haben für ihn, für seinen Bruder, haben wir seine Medikamente. Für Malaria sollte der wohl haben. Ja, sowas habe ich mir gemerkt. Ne, Malaria hat doch der andere, oder? Ne, es war seiner hier. War das seiner, ja? Ja, womöglich Malaria, deswegen sollten wir die Rinde besorgen. Ach so. Geh zum Doktor. Sie sagte, das würde dir helfen, dein Bruder. Was ist das? Keine Medikamente? Bist du irre, hast dich mal umgeguckt, Alter. Das ist supposed to be the same thing. Du musst mit meinem Vater sprechen. Wir entscheiden, was du tun hast. Das ist voll pflanzlich, Junge. Ich dachte, er steht auf pflanzliches. Oh, guck mal, Batman. 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 Batman ist schwarz, ich habe es gewusst. Ja. Komm her. Komm her. Hey Mann, das ist für deine Kinder. Der Bruder ist ill. Was ist das? Der Bruder eines Brudens? Ich erwartet, Aspirin oder Antibiotika. Ich kann mich meinen eigenen Brudens finden. Jetzt hat es doch gemacht. Medicine ist alles weg. Aber der Doktor hat mir gesagt, dass das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, werde ich für dich kommen. Jetzt, was willst du? Marcus hat mir gesagt, dass ich hier eine Karte finden kann. Das sind die Dinge, die du willst. Ach. Boah, Alter. Oh, Stammeswaffen? Interessant. Was hat denn der so? Was ist denn Stammeswaffen? Tödliche, exotische Sichel. Ja, toll. Stammeswaffen sind aber nur irgendwie scharfe Waffen, obwohl die ziemlich geil aussieht. Ja, Stammeswaffen, wahrscheinlich darauf bezogen, dass die einen Schaft haben. Ach, hier ist die Karte direkt. Nee, ich denke mal eher, dass die hier irgend so Mugam-Bestammen haben. Mugam-Bestammen? Der gute Mugam-Bestammen. Markus-Notizen habe ich auf dem Boden gefunden. Ach Gott, ich... Manchmal schon grenzwertig. So, was haben wir hier so? Alkohol. Alles Alkohol. Und Obst. So, weg mit der schwachen Kettensägel. Missbrauch sowieso keiner. Die haben voll ihre Schleichwerbung drin. Die Whiskyflasche ist Jack Daniels. Was? Wo? Jack Daniels? Ja, hier. Oder? Ist doch voll Jack Daniels. Aber sowas von... Ob die das hier bezahlt bekommen, man weiß es nicht. Techland, Techland, Techland. Naja, das Spiel ist in Deutschland ja sowieso. So, und naja. Freuen wir uns einfach so. Ich nehme mal hier Energydrink. Schluck. Ach, hier ist auch eine Schnellreise. Oder? Nee, untersuchen. Ja, du kannst hier irgendwelche Sachen untersuchen. Ach, wir sollen das finden. Aber du hast es ja schon gefunden, hast du gesagt. Ich habe schon was gefunden, ja. Aber ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar Geheimtüren aufmachen oder so. Hier liegt jedenfalls eine Postkarte. Oh, eine Postkarte. Na, oh. Ich möchte auch eine Postkarte haben. Draußen Shifts anscheinend schon wieder. Ich habe hier auf dem Holz Wasser. Jetzt sage ich jetzt vor allem rein. Äh? Hm. Okay. Energydrinks. Ja, was ist denn hier nun? Ja, das war es, war. Wir haben Notizen und eine Karte bekommen. Ansonsten ist hier nichts mehr zu finden. Ich gucke jetzt nochmal extra in die Quest. Das ist ja... Harte mal. Frage hier irgendwie, das Ritual? Doch, Frage Batram nach der Karte. No. And I warn you not to be friends with that man. Whoa. That crazy son of a bitch ain't my friend. Just needed his help, that's all. His help? He doesn't help anyone. He's evil, that one. Pure evil. That's why the elders chased him away. What? I heard that he wanted to recreate the old rituals. The old, terrible rituals of the distant hast. He was warned that those rituals only unleash evil, but he wouldn't listen. He kept trying and trying, and then the elders finally had enough. They banished him, told him never to come back. What was he trying to do? What are those rituals about? I need to care for my son. You want answers? You get them yourself, from Marcus. Okay. Das ist jetzt... Ge nach Alaya. Okay. Sehr, sehr ominös. Na gut, dann hast du ihn gehört. Wir gehen nach Alaya. Sonst noch irgendwie? Sollen wir es noch näher? Ich rette Luke. Luke! Wollen wir nicht. Luke, ich bin dein Vater. Gehe jetzt zurück zu Jane, der Tambor. Gehe nach Henderson. Henderson ist ja die Hauptquest, ne? Ne, das war der sichere Ort, wo wir da von Station zu Station gegangen sind, Baumhauslage und so. Ja, aber... Mit dem Zelt und so. Gut, nach Henderson kommen wir einfach noch nicht. Das gerade war die Hauptquest. Mit Marcus. Achso, ja. Gut, gehen nach Alaya. Da müssen wir jetzt erstmal... Ja, nach Alaya. Was anderes bleibt. Da können wir gleich die alternative Medizin abgeben, die Magic Mushrooms. Wo war ein Alaya? Da unten? Und Gott, wir haben doch die Drogen auch eingesammelt für Bruce, ne? Ähm, eigentlich ja. Ne, haben wir? Doch, ja, ja. Wir haben die Drogen, wir haben die richtigen und die falschen eingesammelt. Reden mit Bruce, ja. Stimmt, stimmt. Ja. Wo ist denn Bruce? Da, auch in Alaya. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir schnappen uns ein Boot und... Auf nach Alaya. So, schnapp. Ja, wo ist das Boot, ne? Ach, da. Ah, okay. Stimmt. Ach Gott, ich bin vergesslich, Mann. Ach, alt. Wie war das mit, ist es spät? Ja, jetzt ist es wirklich spät. Vorhin war es früh, jetzt ist es spät. Es gibt zu jeder Tageszeit eine Erklärung und Entschuldigung. So, ich brauche mal hier ganz kurz ein bisschen Info. Warte. Ich habe da ihn am Arsch. Ähm. Ops. Ja, ne, form mal andere Richtung. Ne, ne, geht, geht. Geht, alles klar. So, ich gucke mal so. Und dann die nächste links quasi. Ah ja, folgen quasi, ja. Möp, 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 möp. Ach ja, wir haben ja Turbo. Ja, und wenn ich groß bin... Links, 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 links. Wenn ich groß bin, schmeiße ich den Turbo an. Ja, das gute ferngesteuerte Auto. Ja. Rechts. Rechts. Die kamen auch später immer mal noch. Und ich wollte das Ding immer haben. Ja, das war irgendwie so, so... Ich weiß nicht. Ich bin total bescheuert damals. Links, 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 links. Ähm, da echt? Ja, da, wo ich... Ich vertraue dir. Ja. Und rechts? Ne, links, 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 links. Und dann müsste rechts eine Brücke kommen. Ja. Nein. Scheiße. Hau ihn weg, hau ihn weg, hau ihn weg. Hau ihn weg. Jetzt. Boom. Sehr gut. Okay, okay, keine Brücke. Ist aber eine Unterführung. Langt. Okay, alles gut. Und? Ja, folgen. Also geradeaus quasi. Marix Marina. Okay. Und? Rechts. Äh, die nächste, wo es geht, rechts. Ich halte die Augen offen. Ja, rechts jetzt, ja. Ach ja, da. Ist schon eigentlich ziemlich cool, mit dem Boot hier langzufahren. Ja, schon ein bisschen, ne? Aber ist auch saugefährlich. Ach, das läuft. Du wirst angegriffen. Ach, kein Ding. Kriechen. Kaputt. So. Ich bin auch gerade durch ein paar durchgesinzt. Ja, dann weiter. Shit, da vorne ist zu. Ja, das sieht aus wie so eine Strömung. Mal gucken, ob wir da runterkommen. Ich glaube ja nicht. Ne, ich meine, laufen. Ach so. Ich wollte das mit Karacho einfach. Ja, ich ertrinke, ich ertrinke, ich ertrinke. Echt? Ja, ich ertrinke. Scheiße. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich ertrinke. Ach so, da, da. Steig ein, kannst du einsteigen. Ne, blub. Ja, jetzt bist du weg, scheiße. Oh ja, und wie weit? Ja, echt, ja? Ne, es geht. Aber ins Wasser trau ich mich hier nicht. Warte mal, ich bin gerade. Ich bin hinter dir. So, irgendwo haben wir uns jetzt verfahren. Ach, wir kommen hier nicht runter, deswegen. Naja. Dann müssen wir jetzt den Rest von Land machen, ne? Hinter mir ist der Weg, genau. Durch die Höhle durch. So, Bashi spielt Bioshock Infinite. Wieso läuft das eigentlich hier wieder? Bashi? Bashi. Ähm, sagt mir irgendwas. Ebenmaliger Redakteur, genau, von Get Gaming, das ist Just Gaming. Ja, genau. Der spielt Bioshock. Ne, ich habe eigentlich das ausgestellt. Wieso kommen die jetzt wieder? Na ja, komisch, komisch. So, zack. Ach, ist das geil. Zack, zack, zack. Ach Gott, die Ausdauer. So. Jetzt auf den Arsch. Oh. Bist. Wie der nur so brutzelt. Oh, ist das fies, ey. Ja, das ist aber geil. Ja, da. Und nächster links halten. Aha. Ich komme. Bumm. Ach Gott. Zack. Das läuft. Schocker, 20 von 25. Selbst wenn die Geschichte irgendwie nicht so fesselnd ist, das Abschlachten, das macht schon Spaß. Das Gameplay ist schon der Hammer, ja. Ja, da wünscht man sich bei einer richtigen Zombie-Apokalypse auch irgendwie... Ja, einfach mal durchhauen. Ja. Wobei ich mir Sorgen mache, ich glaube nicht, dass ich dann irgendwie immun wäre. Ja, das weiß man nicht. Oh Gott, da liegt ein Arm. Und ich rutsche. Und ich rutsche. Ach, jetzt. Und ich rutsche. Rutsche. So. Wasserleiche. Oh Gott, wo? Angekotzt. Er hat mich angekotzt. Zack, zack. Komm. Ah, komm. Oh, bald sind meine Klingen kaputt. Aber wir kommen ja auch bald wieder zu einem... Stimmt. Ja, wir sind ja jetzt gleich wieder da. Aber dass sie so lange halten, also nicht so lange halten, das ist Wahnsinn. Ja, wir hauen ja ziemlich viel hier zu Brei und... Ach. Ich sag mal, so bei mir geht es noch, weil ich ja einfach ein paar... Also ein paar mehr Waffen habe, wo ich hin und her wechseln kann. Der hat sich gerade geduckt, als ich den anschlagen wollte. Der Axt. Es gibt intelligente Zombies. Wie geht's? Das wird ja immer schlimmer. Oh, gefährlicher, schwerer Schraubenschlüssel hat der Bein. Ah, 487. Nicht so... Ich glaube, ich meine besser. Das blaue Zeug ist halt meistens am besten. So, weil du dir halt auch vollständig upgraden kannst. Achso. Du kannst ja bei dem lila Zeug nur zwei Stufen upgraden. Da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, weil ich bisher vom lila Zeug für mich gefunden habe. Nee, ich habe es immer gekauft. Ja, auch da habe ich nichts gefunden für mich. Achso. Das ist halt mit den Nahkampfwaffen, die sind zwar gut für mich jetzt, aber zum Kaufen und so weiter... Immer Pech gehabt. Ja, sind einfach noch zu selten. So, Jackson. Jackson möchte... Achso, doch, Jackson möchte was von uns. Ja, wo ist Markus? Ah, ja. Er sagte, er musste zum Paradeus, um die Gesamten zu treffen. Er sagte, dass sie immun sind. Er war alles aufgeworfen. Na, klasse. Okay. Oh, der war ja der Irre oder der Rituale an den Menschen und Bösen und... Der Böse. Der Böse. Der Böse. Der Böse, es ist der Bursch. Äh. Aber wir können hier unten noch die Pilze abgeben. Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es unten oder oben war. Ja, es war so indirekt eine Anweisung. Ja, gib ihm Schmerztabletten, Junge. Hab ich. Das ist der lustige Geist. Nur einen Moment, während ich das Medikit vorbereite. Schön. Wat? Ja. Medikits sind gern gesehen. So. Da bist du. Das wird dir helfen, dass du deine Gesundheit aufzuhalten. Na. Dankeschön. Oh, medizinische Ausrüstung jetzt. Ah, ja. Ah, sehr cool. Na gut. Klammer. Ach so, dann hast du schon abgegeben. Stimmt, ne? Das, ja, habe ich. Ja. Aber haben wir hier im Camp noch irgendwas? Zum Abgeben? Zum Abgeben? Ne, nicht unbedingt. Ne, wir haben ja jetzt Markus besucht. Bruce. Bruce. Der ist aber nicht hier im Camp. Nicht? Ne, der ist da oben. Ach ne, der ist da oben. So, ich gehe jetzt mal meine Sachen reparieren. Ja, Zeit wird's. Ja. Und dann... Ach ja, deine Freunde, die sind übrigens in... Die sind übrigens im Tod. Ne, das sind die, die in Henderson irgendwie sind. Ja, oder tot. Er tot. Oder tot, ja. Auf dem Weg nach Henderson tot umgefallen. Bupp. Bupp, tot. Das ist schlecht. Oh Gott, ey. Oh Mann. Ja, wie viel Kohle habe ich denn? Ich habe ja richtig viel Kohle, ey. Was ist denn los? Ja, du warst schon lange nicht mehr irgendwas kaufen. Ja, ich merke es. Koks und Nutten. Ja, ja. Traurig. Ach, ich kann das ja nochmal upgraden. Guck, ich kann das nochmal upgraden. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Also Lila ist toll, kann man doch viermal upgraden. Das kommt scheinbar auf den Typ-Toff an. Boah. Ich habe mein Brecheisen jetzt nochmal upgradet. Ich habe jetzt 868. Alter. Und 1600 Wucht. Boah. Es läuft. Was willst du nur kaputt hauen? Ich breche jetzt Panzer auf. Das ist gut. Panzer wäre hier mal eine Maßnahme. Ah. So, ich warte mal beim Ausgang auf dich, ne? Hier gibt es zerstörerische Fleischklopfer. Den haben wir schon. Also habe ich schon mal gekauft. Das ist kacke. Ja. Das können wir mal kurz verkaufen hier. So. André. So. Ach ja, hier war Gepäck. Ich gucke mal so eine Stüber mal ein bisschen in deren Gepäck rum. Ja, ne. Die müssen wir ab und zu mal machen, weil die spawnen auch nach. Das Zeug. Ja, immer. Spawnt andauernd nach. Da ist mitunter halt richtig viel Geld drin. Und guter Shit. Guter Shit. Ja. Ja, 138 Dollar gerade in einer Tasche. Läuft. So. Ähm. Ich gucke gerade schon mal, wo wir hin. Ja, wir können eigentlich zum Blues dann, ne? Ja. Wollte ich. Und dann, wenn wir da sind, ja, ist schon wieder Zeit. Mensch. Ja. Das stimmt. Ähm. Dann gucken wir mal raus. Unten geht's raus. Stimmt. Ja. Ich warte schon auf dich. Üblich. Naja, ich bin nur WX. Ja, du rennst ja eh schneller. Ich weiß, ja. Zack. So. Wer war denn Bruce? Bruce. Das war der, der in der Ecke hockte und Koks haben wollte. Das war Bruce. Der Koks. Lang her. So. Mal gucken. Was? Mal gucken, was das Ding hier so kann. Ach ja, stimmt. Du wolltest es ja... So. Warte mal. Laufen wir richtig? Ja, wir laufen richtig. Haust ja damit sowieso alles kurz und klein. So. Jetzt kommt aber niemand. Gerade aus. Gerade aus. Wir müssen eh gerade aus. Die haben alle Angst. So. Ach, da kommt bestimmt gleich einer. Ja, er steht auf. Ach Gott. Und? Ja. 2.600 mit 1.600 Blitz. Was? Und hier wurde 470 angezeigt. Okay. Warte. Hau. Und tschüss. Ach Gott, ist das geil. So. 2.600 normaler Schaden. Krass. So, wir müssen... Wo müssen wir... Ähm. Da hoch. Ja. Da hinten, die Hütte war das. Oder? Jetzt wieder die Frage, wie kommen wir hier hoch? Ich glaube einfach durch das Haus hier durch. Ach so. Ne, das wäre zu einfach. Ja. Immer. Der saß ja auch hier hinten in der Ecke. Ach, stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich, ja. Da ist er. Mensch. Wir haben Koks. Oh, fuck yeah. Fucking roll. Woo. Okay. Hier, take it. Take all of it. Shut up and take my money. Ja. Na? Ja? Hallo? Okay. Jetzt. Das hat ja gedauert. Ich wollte gerade sagen. So. Starker Bronze Schlagring. Ja. Ich habe einen kräftigen bekommen. Was hat einer? Also wie viel? Ähm. Warte. Leichte Waffen. Guck ihn noch an. Wie leichte Waffen? Verkauft er. Leichte Waffen. Das war es für dich mit dabei. Starker Messing Schlagring. Hat den gleich ausgerüstet, den kräftigen. Anscheinend 513. Ja, okay. Meiner hat noch was gehabt. 390. So, ich gucke mal. Was hat denn hier nochmal ein Messing Schlagring mit 528? Naja. Naja. Alkohol. Dass der Alkohol verkauft, wundert mich nicht. Ja. Alkohol verkaufen, aber Koks nicht haben. Das lassen wir richtig, ne? Oh Gott, ey. Wenn das irgendjemand hört. Ja? Ja. Zukunft die Geschäfts? Ach Quatsch. Ach Quark. Soweit gibt es ja nicht. Das ist in meiner Branche eh egal. In deiner Branche? In meiner Branche. Ey, da bist du ja voll dick im Business, ne? Naja, nee. So, ähm, was machen wir als nächstes? Eine Folge machen wir heute noch, wa? Ich würde sagen, ja. Aber, ist es Zeit schon, oder? Ja, ja, ist es schon. Aber wir können ja nochmal gucken, was wir machen. Ich würde sagen, in die Hauptbasis, ist das das? Das Ritual. Ne, geh zum Paradise doch. Das ist die Hauptbasis, ne? Alter, der hat nicht, der hat unsere Gang, der Wichser, alter. Der ist zu unserer Gang gegangen. Das ist unsere Gang. Da müssen wir vielleicht wieder Kämpfer teidigen. Oh ja, das wäre auch mal wieder geil. Alles klar. Nein, ganz cool. Ob wir unsere Kämpfer teidigen müssen und was der Penner da mit unseren Leuten vorhat, das, ne? Dein Einsatz? Erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Dead Island Riptide Part 23. Morgen 19.30 Uhr geht's weiter. Ciao, ciao. Bis dann.